In diesem Video zeige ich euch, was multidimensionale Datenstrukturen sind. Öffnet wieder eure Konsole. Wir schreiben uns eine Variable, die ich cast nenne und die setze ich auf ein Array mit dem Inhalt als string Anthony Hopkins, dann Jodie Foster und dann Cassie Lemons und das reicht erstmal. Wenn ihr diese Videoserie bis hierhin geschaut habt, dann kennt ihr das bereits, das sind jetzt so ein paar Schauspieler aus dem Cast von Das Schweigen der Lämmer. Schauen wir uns das Array mal an und da haben wir jetzt die drei Namen, also wir haben jetzt eine Liste mit den Namen von den Schauspielern von Das Schweigen der Lämmer. Jetzt nicht alle für dieses Beispiel, aber zumindest von dreien. Was ich jetzt machen möchte, ist das Array nochmal neu zu schreiben und diesmal mit einem Objekt. Wir wissen ja inzwischen, wie man einfache Objekte schreibt und ich möchte hier ein Objekt schreiben, wo ich das Property Name habe und das setze ich auf Anthony Hopkins. Danach habe ich das Property Gender, also Geschlecht, das ich auf Male setze, männlich, und dann noch den Birthday, den ich auf das Datumsobjekt 1937 11 31 setze. Also, weil er am 31. Dezember, nochmal wir beginnen bei den Monaten bei 0 zu zählen, das heißt Dezember ist 11 in diesem Fall, 1937 geboren ist. Und jetzt haben wir hier ein Array mit einem Objekt, wo der Geburtstag von Anthony Hopkins drinsteht und wo hier auch drinsteht Name Anthony Hopkins und Gender Male. Zu diesem Objekt in diesem Array möchte ich nun ein weiteres pushen und zwar diesmal mit dem Namen Jodie Foster. Das Gender Property oder die Gender Property setze ich auf Female und Birthday ist New Date 1962 10 19. Sie ist am 19. November 1962 geboren. Und das Ganze möchte ich nun auch für Cassie Lemons machen. Auch sie ist Female und auch sie ist 1962 geboren, aber am 24. Februar. Schauen wir uns das Cast Array jetzt nochmal an. Und da haben wir nun Anthony Hopkins, männlich, Geburtstag 31. Dezember 1937, dann Jodie Foster, weiblich, Geburtstag 19. November 1962 und Cassie Lemons, weiblich, Geburtstag 24. Februar 1962. Was wir jetzt mit diesen Daten machen können, ist zum Beispiel eine Funktion schreiben, die ich hier mal Women nenne, also Frauen. Und dieser Funktion kann man ein Array übergeben. Und dann gehe ich hier eine Vorschleife durch und mache hier ein ResultArray und eine Variable zum Iterieren, die ich auf Null setze. Und diese Variable geht bis zum Ende des Array, solange sie kleiner ist als ArrayLength, wird immer eins hinzugezählt bei jedem Schleifendurchlauf. Und wenn das Element im Array an Index i die Property Gender auf Female stehen hat, dann soll dieses Element an Index i im Array dem ResultArray hinzugefügt werden. Und am Schluss der Funktion soll dieses ResultArray zurückgegeben werden. Rufen wir jetzt mal die Funktion Women auf mit dem Cast als Array und wir bekommen ein Array zurück mit Jodie Foster und Cassie Lemons. Das heißt, jetzt haben wir eine Funktion geschrieben, die nur die Frauen aus dem Cast herausfiltert. Dasselbe können wir natürlich dann auch für die Männer machen. Rufen wir das dann mal auf. Und jetzt haben wir eine Funktion, die ein Array zurückgibt, wo Anthony Hopkins drin ist. Wir können uns jetzt auch eine Funktion schreiben, die ich mal oldest nenne. Und auch der kann man dann ein Array übergeben. Und auch hier gehen wir eine Vorschleife durch. Und hier mache ich das aber mal anders. Ich schreibe mir hier eine Variable, die ich oldest nenne. Und die setze ich auf das erste Element im Array und beginne dann bei 1 weiter zu zählen und gehe aber auch hier bis zum Schluss des Arrays. Und dann können wir nämlich sagen, falls das Element an Index i im Array einen Birthday hat, der kleiner ist, also vorliegt vor dem Birthday des bisher Ältesten, dann ist dieses Element an Index i im Array der neue Älteste. Dadurch gehen wir nun also das Array durch und finden so die älteste Person in diesem Array. Zurück geben wir dann dieses Objekt, das wir als Ältesten herausgefunden haben. Und jetzt rufen wir auch das mal mit Cast auf. Und da kommt heraus, dass Anthony Hopkins die älteste Person im Cast ist. Dasselbe kann ich natürlich auch andersrum machen, mit youngest. Und dann muss ich das hier umdrehen und theoretisch könnte ich jetzt, um das hier schön zu machen, auch noch die Variable oldest zu youngest umbenennen, aber ich lasse es jetzt erstmal und rufe die Funktion youngest mit dem Cast auf. Und hier kommt raus, dass Jodie Foster die Jüngste ist. Was ich jetzt sogar noch obendrein machen kann, ist, ich kann die Funktionen miteinander verketten. Also die Funktion women gibt ja zum Beispiel ein Array zurück und dieses Array, das von women zurückgegeben wird, kann ich der Funktion oldest übergeben. Und dann wird diese Verkettung der beiden Funktionen die älteste Frau heraussuchen und das ist in diesem Fall Cassie Lemons. Ich hoffe, ihr habt gesehen, was jetzt passiert ist. Bisher hatten wir immer nur eine Liste mit Namen, jetzt haben wir eine Liste mit Namen, Geschlecht und Geburtstag, also mit mehreren Informationen für jeden Listenpunkt, und was wir dadurch kreiert haben, ist eine Tabelle. Und die Pfeile oben links deuten es schon an, wir haben dadurch eine zweidimensionale Datenstruktur geschaffen. Eine Liste ist eine eindimensionale Datenstruktur, eine Tabelle eine zweidimensionale. Wir haben nun also erstmals mehrdimensionale, multidimensionale Daten geschaffen. In unserem Fall ist das alles noch recht simpel, vor allem weil wir auch nur drei Eintragungen bisher haben, aber in echten Anwendungsfällen kann das ziemlich komplex werden, denn es gibt auch dreidimensionale Daten, also mehrere Tabellen, die miteinander in Beziehung stehen, oder auch vier- und fünfdimensionale Daten, die ich jetzt aber hier nicht mehr darstellen kann. Was ihr dadurch auch gesehen habt, als wir nur das Array hatten, waren die Informationen ziemlich begrenzt. Wir konnten auslesen, wie viele Leute im Cast sind und wer das ist. Jetzt, wo wir eine Datentabelle geschaffen Daten haben, ist es viel interessanter. Wir können auslesen, wer der Älteste ist, wer der Jüngste ist, wie viele Frauen und wie viele Männer im Cast sind, ob es ein Ungleichgewicht dazwischen gibt. Wir können auch das Durchschnittsalter ermitteln, wenn wir wollten, für die verschiedenen Geschlechtsgruppen. Es ist jetzt also viel interessanter geworden, weil wir Beziehungen in den Daten haben. Zwar immer noch ziemlich begrenzt, weil wir nur Name, Alter und Geschlecht haben, und vor allem, weil ich nicht mal den gesamten Cast aufgelistet habe, sondern nur drei Leute, aber ihr bekommt die Idee, je mehr Daten man hat, je mehr Beziehungen man in diesen Daten hat, desto mehr Bedeutung bekommen diese Daten oder desto mehr Bedeutung bekommt man aus diesen Daten heraus. Jetzt versteht ihr auch, warum alle immer hinter euren Daten her sind, also so Google, Facebook und so weiter, die ja Unsummen von Daten ansammeln und wahrscheinlich überhaupt erstmal die vielen Wege herausfinden müssen, wie man diese Daten auswerten kann. Mit Datentabellen kann man auch anderes machen. Ihr könnt zum Beispiel auch Schiffe versenken damit spielen. Das zeige ich euch jetzt nicht genau, wie das geht, aber für die, die das mal ausprobieren wollen, ist hier der Code. Vier Funktionen sind das. Also, wenn es euch interessiert, könnt ihr das Video ja pausieren und euch den Code ansehen. Was ich jetzt euch in diesem Video hier noch zeigen möchte, ist, wir haben hier ja diese Funktion youngest und oldest und men and women, die sehr spezifisch auf diesen Fall hier festgelegt sind. Also youngest und oldest, also speziell für das Alter ausgelegt in dem Fall. Was ich jetzt machen möchte, ist, dass wir diese Funktion lieber etwas generalisieren. Das heißt, ich nehme jetzt mal diese Funktion von youngest und benenne die mal um zu maximum. Und dann benenne ich auch die Variablen um. Statt oldest schreibe ich dann maximum. Hier auch und beim return-Wert auch. Und jetzt übergeben wir hier nämlich auch die Property, dessen Maximum hier herausgefunden werden sollte. Hier ist nämlich birthday festgelegt und auch das möchte ich lieber variabel halten. Hier nutze ich noch die Punktnotation mit Property. Das ist dann ein String, soll das sein. Und dann nehmen wir die Klammernotation, die ich euch in dem Video zur objektorientierten Programmierung vorgestellt habe, die ja eine Alternative zur Punktnotation ist. Hier mache ich noch ein Leerzeichen hin, damit es schöner aussieht. Und jetzt probieren wir diese Maximumfunktion mal aus. Auch wieder mit dem Cast. Und als Property nehme ich mal jetzt einfach den Birthday, weil es nichts anderes gibt, mit dem wir das testen können. Und jetzt kommt dasselbe raus. Aber wir haben diese Funktion jetzt verallgemeinert und dadurch könnten wir die jetzt auch auf andere Datensätze anwenden. Dasselbe mache ich mal jetzt hier für die Minimumfunktion. Das heißt, ich benenne die ganzen Wörter hier um von Maximum zu Minimum. Und was ich natürlich dann auch machen muss, ist hier diesen Vergleichsoperator umzudrehen. Und jetzt probiere ich das auch aus mit Cast und auch wieder Birthday. Und jetzt ist das das Gegenstück dazu. Es ist jetzt quasi wie diese oldest-Funktion, nur dass das hier natürlich dann auch generalisiert ist. Das Gegenstück zu dieser women-und-men-Funktion will ich jetzt auch noch schnell schreiben. Und das ist nämlich dann where nenne ich das, also wo. Und das soll nach einem Property und nach einem bestimmten Wert der Property suchen, also Value-Wert. Und da nutzen wir dann auch wieder die Vorschleife und machen ein Result-Array und eine Iterationsvariable. Und die geht durch das Array, solange sie kleiner ist als ArrayLength. Und falls an der Stelle im Array die Property dem Value entspricht, soll dieser, diese, dieses Element diesem Result-Array hinzugefügt werden. Und dann soll das returned werden. Probieren wir auch diese Funktion mal aus. Mit dem Cast und als Property Gender und als Value Female. Und das ist jetzt nun das Gegenstück zu dieser women-Funktion, nur dass wir auch diese Funktion dann hier jetzt verallgemeinert haben. Im nächsten Video setzen wir sowas hier fort. Da erstellen wir unser eigenes Datenbank-Modul und da lernt ihr dann auch kennen, wie man solche Konstruktoren schreibt. Also das, was ich euch mal vorgestellt habe, wo man diesen New-Operator verwendet. Wir werden dann unseren eigenen Konstruktor schreiben und dann den instanziieren mit New-Database. Wie das funktioniert, das zeige ich euch im nächsten Video. Um das zu sehen, klickt jetzt hier in das große Feld in die Mitte, oder falls ihr dieses Video hier in einer Playlist seht, zum Beispiel bei CSS3HTML5.de, bleibt einfach dran!